Herzlich Willkommen zu Sport und Abenteuer. Mit diesem Video möchte ich euch kurz und knapp über die wichtigsten Kauftipps zum Thema Golf-Handschuhe informieren. Doch bevor wir starten, schaut einmal unterhalb des Videos unter www.sport-abenteuer.de, denn dort bekommt ihr noch viele weitere wichtige Produktinformationen und Kauftipps. Und wir starten direkt mit Tipp Nummer 1. Achtet zunächst erstmal auf die Art des Handschuhs. Also was für ein Golf-Handschuh wollt ihr haben? Ist es ein Lederhandschuh, ist es ein synthetischer Handschuh oder ein Allwetterhandschuh? Je nachdem, wie man es am besten verträgt, welches Material man auch gerne irgendwo an der Hand spürt und wie auch die Verträglichkeiten sind. Ganz wichtig oder Allergien oder ähnliches. Schaut bitte genau nach, bevor ihr einkauft, was für ein Material hat es und wie vertrage ich es am besten. Tipp Nummer 2. Natürlich ganz entscheidend auch die richtige Größe. Also er sollte vorne nicht zu viel Luft an den Fingerspitzen haben. Er sollte sich aber auch noch gut runterdrücken lassen, so dass ich ein angenehmes Gefühl auf der Hand oder mit der Hand im Handschuh nachher habe, um entsprechend auch dieses Gefühl auf den Schläger zu übermitteln. Tipp Nummer 3. Achtet auf jeden Fall darauf, dass sie wasserfest sind. Natürlich kann es mal regnen oder man muss in eine feuchte oder nasse Stelle greifen, um einen Ball zu holen. Genauso ist es aber auch wichtig, dass sie winddicht sind und dass sie vor allen Dingen auch atmungsaktiv sind. Gerade wenn es vielleicht so ist, dass sie im Hochsommerspiele hohe Hitze habe, hohe Temperaturen habe, möchte ich nicht das Gefühl von nassen, schwitzigen Händen haben, sondern sie sollten atmungsaktiv, luftzirkulierend sein. Dann macht es auch Spaß über längere Zeit bei hoher Hitze zu spielen. Tipp Nummer 4. Achtet auf einen rutschfesten Grip, gerade im Handinnenflächenbereich, sodass ich den Schläger gut im Griff habe. Auch hier wieder das Thema schwitzige Hände oder ähnliches oder nasse Handschuhe. Grip ist wichtig, um ein gutes Gefühl von den Handschuhen auf den Schläger zu bekommen. Und Tipp Nummer 5. Auch entscheiden, sie sollten waschbar sein. Wir hatten gerade das Thema schwitzige Hände oder ich muss irgendwo mal in einen schmutzigen Bereich greifen oder die Handschuhe werden ohnehin mal langsam nach und nach schmutzig. Also waschbar sollten sie sein, ohne dabei ihren Effekt nachher zu verlieren. Weitere Informationen bekommt ihr unter www.sport-und-abenteuer.de. Besucht uns bitte auf unserer YouTube-Seite unter Sport und Abenteuer. Abonniert uns und schaut euch noch viele interessante Kaufratgeber-Videos an. Rund ums Golfen, rund ums Sport, rund um Freizeit. Und jetzt wünsche ich euch mit euren Golfernschuhen ein gutes Spiel. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier. Für weitere interessante Videos klicken Sie hier. Bis zum Abonnieren des Kanals.